So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich bin hier am Montagabend, gerade, nehme das noch fix auf. Wir haben gerade chill mit Ramses gemacht, noch ein paar Videos geschaut. War wieder ganz chillig, war ganz lustig, war ganz nett. Dienstag habe ich etliches zu tun. Ich weiß, am Dienstag ist natürlich auch der Raid-Boss-Wechsel. Kabutoro geht aus den Raids raus. Ich hoffe, ihr habt alle einen Shiny bekommen, die, die eins wollten. Genesect mit dem Schock-Modul, also mit dem Elektro-Modul, kommt in die Raids rein. Ist ein mysteriöses Pokémon. Kann man nicht tauschen. Muss man also, wenn man das als Shiny haben möchte, selber raiden und bekommen. Ist auch nur eine Woche drin. Das heißt, da steht man ein bisschen unter Zeitdruck. Von uns wird es eigentlich wieder einen Community-Raid geben. Aber ich weiß nicht, wie ich am Dienstag dazu komme. Normalerweise beim Raid-Boss-Wechsel Community-Raid. Aber wir sind ab früh schon unterwegs. Termine, Wohnungsübergabe, ummelden, alles hin und her. Bin dann nicht hier. Bin da unterwegs. Muss dann noch eine Stunde wieder. Und das wird ein bisschen stressig. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es schaffe, am Dienstag noch das Video für den Community-Raid fertig zu haben. Hochzuladen vor dem Stream abends. Diesmal Stream ab 20 Uhr. Bei euch ist ja Spotlight-Stunde ab 18 Uhr. Und weil normalerweise am Dienstag immer Gewinnspiel-Videos kamen, habe ich gedacht, nutze ich die Zeit, jetzt schon mal ein Video vorzubereiten für den Dienstag. Dann habe ich keinen Stress. Dann kann ich Dienstag euch das Gewinnspiel-Video zeigen. Ihr habt wieder eine Woche Zeit mitzumachen bis Montag. Dass wir am Montag bei Chill mit Ramses wieder auslosen und die Gewinner bestimmen von diesem Video hier. Und dann, falls ich dazu komme, am Dienstag den Community-Raid zu machen, lade ich den trotzdem dann erst am Mittwoch hoch. Falls ich nicht dazu komme, kann ich den einfach am Mittwoch machen und am Mittwoch hochladen. Das passt dann auch. Dann kommt Raid am Mittwoch, halt am Donnerstag und so weiter. Ist schon wieder die ganze Woche durchorganisiert. Dann habt ihr Ramses Minus am Freitag. Dann habt ihr am Samstag habt ihr ja eh Raid-Day mit Axandor. Da werden wir Raids für Zuschauer machen. Drei Stunden habe ich mich jetzt dazu entschieden, um euch zu helfen. Ich komme schon an mein Zeug. Keine Sorge, aber drei Stunden für euch biete ich das an. Der, der niemanden hat, das der da machen kann. Sonntag wieder Sonntags-Chill und auch Raids mit Genesekt. Vielleicht, wenn ihr Bock habt, seid dabei. Und als besonderses Schmangal habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt, wo das Go-Fest in den Startlöchern steht. Die Leute natürlich spaltet, weil die einen sagen, wir haben gehofft, dass wieder was in Deutschland ist. Es ist nichts in Deutschland. Es ist diesmal aber trotzdem in Europa. Diesmal also England, London. Ich kann jetzt also definitiv sagen, wir werden nicht nach London gehen. London ist für mich eine Drecksstadt. Ich möchte da nicht hin. Ich war da schon. Es passt auch terminlich, passt da nichts. Zeitlich nichts, organisatorisch nichts. Dann weiß ich von der Community, sind da nicht so viele Leute. Passt auch nichts. Deutschland hätte ich mich gefreut. Egal, welche Stadt wäre ich hin. In London gehe ich nicht. Habe aber hier ein Ticket bekommen vom Jason. Erst von der Genaya, dann vom Jason nochmal. Genaya hat ihr Geld wieder jetzt vom Ticket. Das hat sie dann storniert. Und Jason hat das gekauft, weil das war ja, gab es ja Fehler bei der Jendik. Ich habe mein Ticket fürs globale Go-Fest. Ich weiß zum jetzigen Standpunkt noch nicht, wo wir spielen, wie wir spielen, was wir machen. Letztes Jahr als Global war zum Berlin-Go-Fest. Vor Ort gab es ja Global trotzdem ein Ticket und ein Event. Da sind wir extra nach Gera gefahren, zum Thomas haben wir den Besuch, haben dort zusammen gezockt. Genaya war auch am Start. Es gibt für dieses Jahr noch gar keine Pläne. Zum jetzigen Standpunkt würde ich sagen, ich spiele einfach für mich, bei mir, zeige euch dann die Ausbeute, fertig. Aber ich möchte trotzdem drei Tickets verlosen für das Go-Fest. Ich greife in meine Tasche rein und bezahle 45 Euro, um drei Leuten von euch das Go-Fest-Ticket zu schenken. Ich bin nicht gesponsert von der Jendik. Bei Melanie, Chaos, Lady, Sabrina, sonst was. Die machen auch öfters mal irgendwelche solche Sachen, aber die sind der Jendik-Partner. Die kriegen meistens, die sollen das halt ausführen, kriegen die Tickets gesponsert, können die dann einfach rausgeben an die Leute. Ich muss das halt selber bezahlen von meinem Geld. Wer meine Situation kennt, weiß, was das heißt. Möchte ich aber trotzdem machen. Ich wollte eigentlich fünf machen. Pupsi hat gesagt, hörst du auf, bist du denn, blem, blem. Mach drei, das reicht. Deswegen möchte ich drei Tickets fürs Go-Fest verlosen. Es ist natürlich ärgerlich, wenn manche jetzt sich direkt schon eins geholt haben und dann sagen, toll, jetzt kann ich gar nicht mitmachen, weil ich habe es mir ja direkt schon gekauft. Aber es ist ja Zeit. Das ist ja erst am 26. und 27. August. Das reicht auch, wenn ihr es euch am 26. August erst kaufen würdet, zum Beispiel. Vielleicht habt ihr es ja noch nicht gekauft. Wart noch unschlüssig oder seht nicht eigen, 15 Euro dafür zu bezahlen. Vielleicht gewinnt ihr ja jetzt ein Ticket, spart euch 15 Euro und spielt dann trotzdem, weil ihr das Ticket habt und obwohl ihr ohne Ticket gar nicht gespielt hättet. Es gibt aber ein paar Regeln, die man beachten muss. Um was geht es jetzt? Ich möchte natürlich nicht, dass irgendjemand x-beliebiges hier so ein Ticket kriegt und alles. Deswegen kann ich euch schon gleich sagen, werden die Tickets nur an Kanalmitglieder rausgegeben. Ich möchte damit aber nicht neue Kanalmitglieder werben und sagen, ihr müsst jetzt alle eine Kanalmitgliedschaft abschließen, um mitzumachen. Müsst ihr nicht. Lasst das einfach sein. Wenn ihr sowieso bis jetzt mit dem Kanal so gut wie nichts zu tun hattet oder das nichts wert war, dann ist das okay. Ihr könnt alles kostenlos euch anschauen und machen hin und her. Alle Gewinnspiele waren auch immer kostenlos. Aber hier möchte ich wirklich den Leuten was zurückgeben, die schon seit zwei Jahren Kanalmitglieder sind und regelmäßig den Kanal unterstützen und das jetzt vielleicht noch nicht gekauft haben, dass ich da auch was zurückgebe. Euch steht es natürlich trotzdem frei, wenn ihr sagt, warte mal, wenn ich für das Gewinnspiel schnell eine Kanalmitgliedschaft mache, habe ich ja die Chance zu gewinnen. Und die niedrigste Kanalmitgliedschaft ist ein Euro im Monat. Und ich kann es ja nach einem Monat, kann ich es ja wieder kündigen. Das heißt, ich werfe ein Euro in den Lostopf und kann 15 Euro gewinnen. Das ist es mir wert. Dann tut euch keinen Zwang an, könnt ihr auch machen. Wichtig ist, dass wenn dann am Montag gelost wird bei Chill mit Ramses im Stream, dass derjenige, der gelost wird, ein Kanalmitglied ist. Und das sieht man ja dann. Und nicht irgendjemand. Deswegen, wenn ihr Kanalmitglieder seid oder werden wollt und Interesse habt, also drei Go-Fast-Tickets zu gewinnen, ich kann zwar selber keins mehr kaufen, ich kann es aber verschenken, dann schreibt bitte einen Kommentar unter dieses Video. Nennt mir bitte euren Ingame-Namen, wie ihr da heißt. Ich muss ja dann auch gucken, ob ich euch auf meiner Liste habe oder nicht. Wenn nicht, muss ich mich nämlich mit euch anfreunden. Wir müssen auf Stufe 2 leveln, weil man nur ab Superfreunde Tickets verschenken kann. Es ist aber noch genügend Zeit. Das heißt, das ist gar kein Problem. Macht euch da gar keinen Stress. Schreibt also euren Ingame-Namen unter dieses Video. Schreibt mir mal einen kleinen Infotext. Was ihr mit dem Ticket machen würdet, ob ihr Bock habt auf das Go-Fast dieses Jahr, wie ihr das spielen werdet, wo ihr das spielen werdet, habt ihr vielleicht schon einen Plan, habt ihr eine Community bei euch und spielt bei euch in der Stadt oder geht bei euch nichts und ihr würdet mit so einem Ticket in die nächstgrößere Stadt wandern oder würdet auch mal sagen, wir fahren extra hier drei Stunden irgendwo hin und treffen uns mit A- und B-Hörnchen. Das wäre das Ziel. Mit dem Ticket habe ich da Ansporn. Deswegen schreibt mal rein, wo ihr so spielt und wie das aussieht bei euch in der Community, was ihr mit dem Ticket machen würdet, ob sich das überhaupt lohnt für euch, wenn ihr das kriegt und alles. Und ja, dann schreibt noch ein Hashtag rein, am besten als drittes. Nicht am besten, sondern macht das. Das ist Pflicht. Hashtag GoFast 2023. Das alles zusammengeschrieben als Hashtag. Ob ihr es groß oder klein schreibt, ist eigentlich egal. Ihr könnt es ja schreiben wie hier. Da schreiben die das Go groß und fest halt das F noch groß. Aber Hauptsache, der Hashtag ist zusammengeschrieben, damit es ein Hashtag ist. Hashtag GoFast 2023. Euren Username. Ein Infotext, wo ihr das globale GoFast spielen wollt. In welcher Stadt oder so. Denn wir sind ja, wie gesagt, immer noch im Überlegen. Wenn ich jetzt höre, dass 90% aller Leute in Dresden spielen, dann könnte ich ja doch mal schauen, ob es irgendwie möglich ist, dass wir auch nach Dresden gehen. Wenn man sich dort trifft mit den Leuten, weil alle in Dresden spielen und ich gleich die schärfste Pizza der Welt testen kann. Das wäre es auch noch. Ansonsten zählen alle Kommentare hier drunter. Ihr habt eine Woche Zeit, um mitzumachen. Am Dienstag, 15 Uhr, geht dieses Video online. Ihr habt dann Zeit, bis Montag, 21 Uhr, einen Kommentar zu schreiben, um mitzumachen. Am Montag werde ich wieder streamen, chillen mit Ramses. Ab 20 Uhr und 21 Uhr im Stream verlosen wir dann. Und dann werdet ihr gezogen. Und wenn ihr dann Kanalmitglieder seid, beim Ziehen, nicht irgendjemand Fremdes, keine Ahnung, Leute, von denen man noch nie gehört hat, sondern wenigstens Kanalmitglieder oder so, wenn ihr neu macht, ach, ich kann es ja nicht ändern, dann seid aber bitte 21 Uhr auch da bei der Verlosung. Ihr wisst, wie das ist, es gibt immer mal Fakes und irgendwelche Idioten, deswegen wir ziehen und wenn euer Name fällt, sagt dann direkt im Chat Bescheid, yo, bin da und dann können wir ausmachen, wo ihr euch meldet, dass wir den Rest besprechen. Drei Leute werden also dann gezogen, drei Gewinner kann es geben. Wer gezogen wird und nicht da ist oder es verpasst oder es vergisst, der hat Pech, dann wird einfach weitergezogen, bis wir drei Leute haben im Stream, die da können und da da sind. So, ansonsten waren das alle Infos, klar, gerade zum Gewinnspiel, so viel geredet, so viel Text. Ich weiß nicht, ob sich das einer anguckt, aber das trennt auch die Spreu vom Weizen. Wenn sich nämlich keiner anguckt, dann sind die, die sich es angucken, haben dann bessere Chancen, weil dann nicht 14.000 Leute mitmachen, sondern nur fünf und von den fünf können dann drei gewinnen und das sieht sehr gut aus. Ich kann es nicht kaufen, ich kann es verschenken, drei Leuten möchte ich das schenken und würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Schreibt euren Kommentar, ich habe alles gesagt. Wir sehen uns am Montag, 21 Uhr bei der Verlosung. Ihr seid da. Ciao.